Moin Leute, eine Runde Terraria. Und das ganze Endboss mäßig. Den da will ich probieren. Und bisher habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe zwar teilweise schon andere Videos gesehen, aber immer nur mit Überrüstung. Und jetzt will ich doch mal probieren das ganze ohne Überrüstung hinzukriegen. Ich will den endlich mal killen. Ich bin schon gefühlt 1000 mal gestorben. Also langsam habe ich hier keine Matzen mehr. Aber die Soul of Night und die roten Dinger da zum Herstellen gehen wir zum Glück nie aus. Ich muss nur Erz genug finden. Kupfer und Eisen. Weil irgendwann schwindet auch das. Nun gut, also ich habe mal alles schnell rausgenommen. Ich werde mich da unten auf den Boden hinstellen. Das Tolle ist. Normal kann man hier ohne... Ich habe jetzt keine Beschleuniger hier drin. Also es ist alles nur so Crab-Zeug. Normal kann man hochspringen. Bloß weil man im Pfeil ist, kann man scheinbar eine Stufe weniger springen. Deswegen habe ich hier unten nochmal zwei extra Reihen dazu gemacht. Dass ich zur Not auch mal ausweichen kann, falls der Wurm genau über den Boden lang schreddert. Das war mir beim letzten Mal zu Verhängnis geworden. Macht mir der hier drüben. Ich ziehe der hier auf meine Schalter. Ich werde die Waffe nehmen, die hier oben ist. Ähm, dieses Buch. Dämonische ist irgendwas. Da macht man diese Kreise hier. Kennt man ja aus der Höllenwelt. Die dauern zwar relativ lang, gehen aber durch alles durch. Die ist zwar auch nett, macht auch schönen Schaden. Allerdings, ja, sobald man auf den Gegner stößt. Ist dieses komische Zeug. Was der Hummer daraus sprüht, ist das kaputt, also weg. Und das geht halt durch alles durch. Durch alle Gegner meine ich. Man muss halt mit jedem einzelnen Kreis, den man macht, ein Mausklick machen. Also ich mache hier ständig, äh, klick, 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 klick. Und dann irgendwie, ja. Schaden zu machen. Jetzt fiel mir das blöde Wort nicht ein. So, ja, ich habe... 300 Mana, 400 Leben. Wie gesagt, bin auf Magie gegangen. Das Ding hier finde ich ganz interessant. Fallen Sterne runter, wenn ich Schaden bekomme. Und da ich das in dem Kampf ja ständig habe. Vielleicht nicht schlecht, um den Bosskampf etwas zu beschleunigen. Ich habe aber keine Ahnung, was die Steps, äh, für den Sinn haben. Ob man mehr auf Schaden gehen sollte, mehr auf Verteidigung. Keine Ahnung. Das Ding habe ich vor kurzem gefunden. Ähm, das ist ganz interessant. Man wird da für 1-2 Sekunden oder so scheinbar immun. Das heißt, wenn der Bosma durch mich durch, äh, geradert, dann kriege ich halt nicht dauerhaft Schaden. Sondern immer nur in bestimmten Abständen. Und das ist ganz wichtig. Ja, und trinken. Das hier oben halt. Wenn noch was anderes sinnvoll ist, dann sagt Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was gut oder schlecht ist. Aber ich denke mal, das ist schon das, was man nehmen kann. Ja. Dann kann es eigentlich auch langsam Nacht werden. Ich bin mal mega schnell hier, wie ihr jetzt schon seht. Also da irgendwas auszuweichen wird relativ schwierig. Aber dafür habe ich ja den Geschwindigkeitstrank. Das macht es schon ein bisschen schneller und mehr brauche ich ja nicht. Ich will ja nur ausweichen. Den Rest mache ich dann hier so mit Dauerfeuer hier unten. Falls ihr auf dem grünen Acker oder hier auf dem blauen Acker rum kämpft. Dann möglichst schon mal ein Pilz in den Inventar nehmen. Und den in die unterste Ecke stellen. Und wenn man die Heilung drückt, geht es immer nach der obersten Reihe nach unten. Und wenn der Pilz dann immer ein einsamer Tier oben landet, dann frisst man den Pilz statt den Heiltrank da unten. Und das passiert bei solchen Kämpfen ganz oft. Und im Block hat man ihn drin und schon, ja, hängt der da um. Also immer schön in die Ecke verbannen. Und möglichst dicken Heiltränke nach vorne. Die kleinen nach hinten, weil die kleinen Bäume hängen, aber der ist nicht dick. Die Mana-Pots habe ich ein paar gekauft. Die werden dann automatisch aufgefüllt durch das kleine Ding hier. Und daher, ja, muss ich mich da eigentlich nicht drum kümmern. Alles auf Automatik gestellt hier. Ich muss nur die ganzen Buffs kontrollieren. Die sind natürlich nicht sichtbar, wenn ich auf Pause gehe. Das hätten die noch ändern können. Mit einem Patch, dass das alles hier unten noch mit auftaucht. Damit ich weiß, ah, den, den muss ich mal wieder drücken. Aber egal. Im Eifer des Gefechts juriert man das mal, wie erfolgreich sind. So. Komm Sonne, geh unter. Schöne Falle. Tja, was gibt's noch zu werden? Na, ich wüsste eigentlich nicht weiter was. Ich hab's schon mal mit, äh, Bögen probiert. Oder mit Schusswaffen. Schusswaffen habe ich leider nur die kleine hier. Und das hatte ich dann gar keinen Schaden. Also mit dem richtigen Helm habe ich dann, glaub ich, sieben Schaden. Aber das wäre dann auch nicht wirklich viel besser. Und der Feuer finde ich auch dusselig. Ich hoffe ja auf den großen Bruder. Wenn ich den hier dann irgendwann mal gelegt habe, diesen Rohm. Aber das kann noch dauern. Wenn ich weiter so faile. So, was brauch ich denn? Ich brauch das Ding schon mal nicht. Verdammt. Das heißt, den stelle ich mal hier vor. Der Schaden hat lange zwei Minuten an, das finde ich voll fies. Das läuft so schnell aus und dann sieht man es nicht rechtzeitig, dann ist es vorbei. Tja, dann werde ich nach der Reihenfolge mal angucken. Heilung ist ganz wichtig. Verteidigung natürlich auch. Die auch. Der ist weniger, aber der hält ganze 10 Minuten. Den Wurm häng ich hier hinten drauf. So, und dann werde ich das hier wieder einnehmen. Oh, fad. Na egal. Habt ihr noch. Ja, und diese kleinen Buffs hier. Ähm. Ja. Die laufen halt sehr schnell aus. Und wenn man da nicht ständig hinguckt. Ich merke mal die Symbole auch nicht. Weil ich da zu was gehört. Ich meine, der ist jetzt eindeutig. Blüler. Äh. Stern oder was. Zu dem da. Weiter. Nein, geh weg. Ich habe gedacht, wenn ihr noch andere Beispiele wisst. Mit anderen Rüstungen, wie man vorgehen soll. Ich habe schon Leute gesehen mit Gravitation. Die sind durch die Gegend geflogen. Mal ausgewichen. Das ist vielleicht am Ende. Mit guter Rüstung dann auch machbar. Ich weiß nicht, wie es mit der jetzigen aussieht. Aber wenn die Gravitation ausläuft, musst du den Pott wieder nachschmeißen. Und dann fällst du runter. Und ja. Ach, ich weiß auch nicht, dass wir dann so wild durcheinander. So ein schneller Klick habe ich dann auch nicht. So, so langsam. Ja, geh hoch. Ach, schaff es. Ich sehe die Sonne da hinten an den letzten Ecken runtergehen. Ja, die Zeit geht auch schnell vorbei. Und das Dumme ist, genau solche Objekte rasen natürlich dann auch in der Nacht durch die Gegend benerven. Oh, Mallersteine. Lass ich gerade mal die noch, wenn ich nichts wirklich brauche. Komm, wer hat Nacht? Bis da hoch komme ich eh nicht. Egal, ich habe nur noch Mana an Bord durfte erreichen. So, was ich auf jeden Fall schon mal eingeladen könnte, ist die Nummer 8. Die ja 10 Minuten lang hält. Und schon sind die 2 Minuten vorbei. Das geht so schnell. Also da mal sehr, sehr ein Auge drauf werfen. So. Ach nee. Nicht Blood Moon is rising. Das habe ich jetzt gebraucht. Na toll. Ich jetzt den Boss hole fällig, absolut. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. So, dann wollen wir es doch nochmal probieren. Den setzen wir da rein. Manatränke und Heiltränke habe ich noch auf der richtigen Position. Die Rüstung stimmt diesmal auch sofort. Und ja. Da kann der Sterben ja kommen. So, den über achten wir mal als erstes. Der hielt 4 Minuten, der fünber, der fünber, der fünber. Ja, ok. Ok, dann saufen wir das Ding mal. Saufen wir den, saufen wir den. 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 Oh, falsche Waffe. Ja. Habe ich jetzt nicht je genommen oder habe ich sie nicht? Ne, ich glaube ich habe sie noch nicht genommen. Jetzt aber. Au. Au, 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 au. Kommt mal her, hier fliegen Viecher. Zwiller wand. Wieder her. Aua, die Viecher da oben hatte ich das völlig fest. Hier bleibt der, au ne, jetzt haben wir noch so ein Zombie-Boss. Boah, der war echt schnell geschichtet. Baut doch an. Naja. Komm, schneller. Boah, hier, ich spammte den Schauber ohne Ende. Und ich habe langsam keine Energie mehr. Boah, die Viecher da oben, die raunen mir den Nerv. Die Viecher und den Schaden nerven sie mir an. Sie sind die Nerven. Boah, die ficken auch nicht. Das ist so mega wichtig. Ich glaube, die da weg kann ich. Warum geben die mir keine Herzchen? Oh, nein. Boah, die nerven da oben, Mann. Ich dachte immer nervig. Oh, nein. Geht weg. Geht alle weg. Ich will nicht sterben. Jetzt kann man nicht. Boah, da oben ist noch was. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Hier auch. Rasen wir zu. Diese 3 Millionen Lasers hatte ich immer. Geht alle weg. Ich werde mal einen Zaubertank gesoffen. Der da ein bisschen mehr Schaden macht. Boah. Umweichung. Ich werde nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Geht alle weg. Geil. Geil ich hab's geschaffen. Oaaaah! Geht alle weg! Nein, nein! Ich will nicht sterben. Ich sterben. Nein, nein. Schnell weg! Erstmal weg! alter schwede was ein vieh ja so kann es gehen mein herz rast hat geklappt dann werde ich gleich mal schauen was der loot gegeben hat erstmal müssen wir uns hier ein bisschen heilen nehmen wir uns mal wieder die richtige rüstung her und dann klappt das hoffentlich so was haben wir noch den hier dann stecken wir mal hier rein die heilung ist halt nicht mehr ganz so richtig den versteckler bleibt mal im schwalen und ab gehts oh gott ist hier viel los die wollen mich alle am looten hindern kann das sein hauptlos ab boah hammermäßig geil so wo ist der loot kein loot da so da habe ich ihn schon eingesackt den hut war von dem komischen mini boss das ding war von so einem kleinen zoll ist der loot unterirdisch gelandet irgendwo ich vermute es fast ich werde es hier oben sammeln ok jetzt war es geändert nicht wirklich gut komm ab dann kann es ja nur irgendwo unterirdisch sein oder neun wo ist der loot hin ach ich geh mal nicht am sack na ok ich werde mal den loot suchen und wenn ich ihn gefunden habe nochmal posten also ist klar wenn es überhaupt loot gibt dann gibt es ja auch gar nichts großartiges und das schiebe einfach nur so da na dann tschü tschü so ich habe mich mal gerade hier durch gebohrt und da unten kann ich nämlich auch schon leuchten und dann können wir das mal schön looten oh ein kaktus mitten unter uns ist ja auch sehr nice kann ich gerade gebrauchen so hier unten nichts besonderes ok soul of might hat er gedruckt ich glaube damit konnte man keine Flammenwerfer bauen oder ich wollte eigentlich die bessere Knarre haben eigentlich die soul of irgendwas oder war das might oder sight oder fright ach keine ahnung das Ding hier auf jeden Fall ähm ja dann gucken wir uns das doch mal an was wir damit bauen können und tun wir dann unseren Fritzen hier crafting was ist das denn oh es gibt noch bessere Wuster aber dann sehr gut ich habe auch noch nicht gewusst aber ich konnte es mir fast schon denken das heißt ich brauche die von jeweils denen her oh da muss ich den gar nicht schon oft besiegen 15 defense ja 14 gut der eine da halt was ist das denn was ist das denn man braucht alle Dinger hier dafür dann hat man so ein mega Ding was eine Axt kann was ein Hammer kann und was eine Axt äh eine Pick Axt kann cool Excalibur naja werde ich mir nicht holen das Ding deswegen ist es mir wichtig was ist das denn hier sieht mir aus wie so'n bummerrang also Schön viel, was da rauskommt, und ja, er verbraucht nur 50% weniger, statt 33% Chance. Wunderbar, dann hat sich das ja hier erfüllt. Weil mehr brauche ich nicht. Das Zeug habe ich beisammen, das auch, die kleine habe ich auch, und das habe ich. Gut, gut. Tschö tschö.